Hey! Hallo? Ja, hey Körser! Komm mal rüber, geh Körs, komm! Ja, so ist brav. Jetzt schnapp, 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 du sollst schnappen! Nein, schnapp schon, ich bin's, Tivi! Wow, ja! Hallo, Freunde, da bin ich. Tivi von Sieben. Ich wohne übrigens da oben. Ich wollte ja eigentlich schon viel früher bei euch sein, aber unter uns gesagt, diese Programm-Chef-Därkste. Oh, der wollte das auch. Übrigens, ich sage euch, was auf ProSieben so läuft, denn von dort oben aus habe ich alles absolut unter Kontrolle und die allerlausten Neuigkeiten gehen natürlich direkt von mir an euch, gar keine Frage, okay? Also, Leute, die Wiedersehen auf ProSieben, bis bald! Stay tuned!